so ja hallo und herzlich willkommen zurück ich habe einen was weiß ich mir ist ein richtig dicker aufnahmefehler begangen und zwar zwischen der gestrigen folge ich weiß nicht hoffentlich kriege ich es noch repariert die letzte aufnahme die ich noch hier auf meinem rechner habe ist von dem kampf wo wir gegen den gegen die mutter von elizabeth gekämpft haben und dann hat es irgendwie abgebrochen und es kam und ich habe jetzt hier drei beschädigte aufnahmedateien auf dem rechner also ich weiß nicht was ihr alles mitgekriegt habt wenn ihr die folge seht und die kommt am 17 raus also 17 der zweite dann habe ich den aufnahmefehler raus geschnitten dann sage ich ich sage das euch nochmal gleich was passiert ist wenn nicht dann ja kommt seit ein paar tage später aus gut also wir haben in der letzten folge also in der letzten reparierten aufnahmen die ich noch habe gegen den geist gekämpft und dann hat es abgebrochen und danach habe ich noch zwei risse geöffnet die uns gefehlt haben und nun sind wir jetzt hier richtung ja sind wir vor kommstocks haus genau und hoffentlich funktioniert das jetzt endlich tut mir echt leid also ich hoffe ich krieg die aufnahmedateien noch repariert wenn ja dann habt ihr die aufnahme die video schon gesehen also ja scheißdreck und ich haste dich weil du nicht meine mutter warst ach nee come on so ich guck jetzt etwas öfter mal ob das die los raus elisabeth ei alter ok 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 jetzt bin ich hier gerade definitiv überfordert wo ist sie wo ist es wo ist wer da ist sie so alter ist das gruselig dankeschön ich glaube ich nehme lieber den äh immer schön auf dem kopf so wo fliegt sie gerade rum elisabeth ich brauche diesen automaten wieder ouch alter mann ah mittlerweile hasse ich es langsam also das spiel an schwierigkeit zieht das spiel extremst an dieser dreckige geist geht mir auch langsam auf den sack los gut 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 so so scheiße dass der halt doch mal die fresse jetzt ich bin auch gleich wieder tot so jetzt wo ich mich im ja du dreckige ohre ich schulde dir eine entschuldigung comstock benutzte mich um dich zurückzuholen aber ich holte eine version die meinem eigenen bild von dir entsprungen war ich bin nicht der fast die abg das abg die die abg Vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Boden gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Bokka. Danke. Bitte. Ich weiß noch nicht wofür, aber bitte. Nein. Ich renne da hinten nochmal zum Automat. Ich brauche dringend Munition, Alter. Beide Waffen sind im Arsch. Wo war er? Wo war der scheiß Automat? Ich habe ihn irgendwo gesehen. Da hinten war er, ne? Ich brauche dringend Muni. Ja. Boah, Alter. Schock, Dauerhilfe, Soghilfe, Sogboost. Ich tue mal die Waffen lieber ausrüsten. So, Salz, 100, Gesundheitskit, 20. So, Muni fürs Maschinengewehr. Alles schön voll. Der Revolver machen wir auch mal voll. So. Der hat... Nein, 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 nein. So. Dankeschön. So, weiter geht's. Abzukunftsdok. Mal sehen, was wir da dann machen. Die Aufnahme läuft noch. Ja, die Aufnahme läuft noch. Finde ich so scheiße, dass das heute so rumfuckt. Ich hoffe, dass es später bei Desi nicht das gleiche Problem. Und los. Nichts wie weg. So ist das Spiel bis jetzt ganz geil. Aber ganz ehrlich, langsam... Es zieht an Schwierigkeit extrem an. Da ist es. Los geht's. Wow. Hallo. Nein, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ah. Das haben wir doch ganz am Anfang von Bioshock gehört. Sie steht da immer noch. Jetzt fällt mir das übrigens wieder ein, warum sie... ...und tilgen sie die Schuld. Ah, Mann, 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 Mann. Sie hat ja da den abgetrennten kleinen Finger. Und ich weiß auch, woher das kommt. Aber ich sage es euch nicht. Ihr werdet es ja... ...noch, glaube ich, sehen. Was soll ich jetzt machen? Ah, dieser Vogel. Was ist das? Ich weiß. Ich weiß. Heinz! Hör auf! Hör auf! Tu ihm nichts! Es tut dir leid! Es tut dir leid. Ich hatte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Endlich zurück. Endlich zurück. Und hause. Elisabeth, nein. Dieser dreckige Vogel. Du Bastard. Los, komm. Ich lasse nicht zu, dass du sie holst, hörst du? Ich lasse nicht zu. Wow. 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 Sie ist weg. Überall stehen die scheiß Kerzen schon wieder. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Fuck. Nein. Nein. Er sprach, Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Nein, 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 nein. Das, das, nein, das, nein, das kann nichts erwerben. Wo sind wir jetzt? Was haben Sie mit mir vor? Wo ist sie? Wo ist sie? Okay. Scheiße, war eine Scheißidee, ich weiß. Wow, chill, chill. So, ihr sollt alle brennen. Wo ist das Feuer? Feuer brauche ich. Feuer? Feuer? Ihr sollt alle elendig brennen. Okay, war eine richtig Scheißidee. Hilfe, 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 lass mich durch. Okay. Gut. Kann ich die überhaupt besiegen? Irgendwie ja nicht so, ne? Au. Alter, machen die Damage. Komm. Alter, was war das denn? Ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Und wie? Bitte. Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich in deinem Tor. Dazu ist es jetzt zu schön. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Scheiße. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je. Gott, die ist so verzweifelt. Wie mein Vater konnte ich alles sehend verkleinern. War eine richtig scheiß Idee. Mit Nahkampf kann ich die definitiv nicht alle erledigen. Ja, sag ich doch. Alter. Ah, Kopf. Schon 17 Minuten. Ich mache mal Folgenstopp. Hoffentlich kriege ich das irgendwie alles zusammengeschnitten am Ende. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.